Ja, Mann. Richtig. Was ist denn das, was wir eigentlich? Das schmeckst du eh nicht mehr. Zola. Zola Hof. Zola Hof. Du gehst doch heute keine Schöpferhofer-Crip-Hutmer von dem Bellemalotto in der Scheiße. Hey, doch. Bellemalotto spielt ja Primi noch was. Was? Lauf. Obergerlich. Hey, was heißt obergärlich? Obergärrige Hefeste, es gibt unergerrige obergerige Hefeste. Schiess im Auge. Ja, du? Du musst nicht mit mich spielen, ne? Ich wollte nicht spielen, aber du wolltest schon nicht. Ja, ja. Du hast recht, oder? Was? Er hat den ganzen Tag nicht mit spielen können. Er hat gesagt, ihr zurecht dich nicht zusammen. Nee, aber was, nee. Er hat den ganzen Tag nicht mit spielen können, das war ja. Ich wollte, oder? Ja, 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 ja. So hätten wir's gern. Jetzt wieder rausreden. Ich kenne mich mal. Arschlöcke, Alter. Wieso hast du nicht mitgespielt, ja? Ja, ja, du? Ja. Ja, das ist echt schon was, ne? Deines Ding voll, Juber. Wer nachgearst, er hat nur den Wegkrankt. Was ist der letzte? Ich will nicht vertreten. Du kannst hier zuhören. Was? Du kannst hier zuhören. Ich will nicht vertreten. Ich muss mal wieder nichts reden. Das war's. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.